Hi, mein Name ist Dominik Braun und in diesem Video möchte ich euch einfach mal so die häufigsten Rechtschreib- und Grammatikfehler vorstellen, über die ich so stolpere in meinen Lektoraten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich mache ja sehr viele Lektorate, gerade für Self-Publisher auch, also sehr viele E-Books kommen so bei mir vorbei und werden korrigiert. Korrektorate und Lektorate sind das, die ich anbiete und ich habe mir gedacht, dass ich da einfach mal so eine Videoserie daraus mache, weil es im Grunde genommen doch immer wieder dieselben Fehler sind. Ich habe das inhaltlich logischerweise so ein bisschen abgeändert, beziehungsweise selbst diese Sätze entworfen, aber einfach um dem Ganzen so ein bisschen das Ganze nachzuempfinden. So, die Frage stellt sich jetzt natürlich als allererstes, warum ist das eigentlich so wichtig, so eine gute Rechtschreibung oder Grammatik zu beherrschen? Schauen wir uns einfach mal folgenden Satz an. Zwei Varianten haben wir da stehen, einmal mit, einmal ohne Komma. Komm, wir essen, Mama. Also ihr merkt schon, an der unterschiedlichen Betonung Kommas können sozusagen über Leben und Tod entscheiden. Oder anders ausgedrückt, das Weglassen von Kommas kann dazu führen, dass man euch kannibalische Absichten unterstellen könnte. Ja, also ihr habt gesehen, das war jetzt natürlich ein bisschen scherzhaft, aber einfach nur dadurch, ob man Kommas setzt oder nicht, kann ein Satz einerseits schon mal einen komplett anderen Ausdruck bekommen, aber es geht auch einfach darum, dass es an manchen Stellen einfach richtig oder einfach falsch ist, ob man Kommas setzt oder nicht setzt. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dem ersten ernst gemeinten Beispiel und die ganzen Beispiele, die jetzt folgen, das ist so mehr oder weniger einfach so ein Querschnitt. Also ich habe das Problem, ich persönlich bin einfach so ein Rechtschreib- und Grammatik-Klugscheißer. Ich bin damit mehr oder weniger geboren worden und deshalb, also selbst wenn ich irgendwie Webseiten besuche oder sowas, mir fallen sofort Rechtschreibfehler auf. Aber kommen wir zum Punkt, fangen wir einfach an mit dem ersten Beispiel. Beim Schreiben von Texten hat er längst keine Probleme mehr. So, ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde euch ein paar Sekunden die Möglichkeit geben, euch den Satz anzuschauen, ob ihr den Fehler findet und dann werde ich sagen, was falsch ist, werde es korrigieren und auch erklären, warum. So, also, weiß nicht, ob ihr es gefunden habt, aber der Fehler liegt in dem Wort Schreiben. Schreiben wird nämlich in diesem Fall groß geschrieben und das liegt daran, dass das Wort beim davor steht. Denn Schreiben an und für sich ist ja ein Verb. Verben schreibt man klein, aber es gibt in der deutschen Sprache so etwas wie nominalisierte Verben. Also sobald ein Artikel davor steht, wird aus dem Verb ein Nomen. Also ich kann zum Beispiel sagen, das Gute, das Schlechte, das Schreiben, das Alte. Also man kann aus Verben und aus Adjektiven kann man Nomen bauen, indem man Artikel davor stellt. So, jetzt ist in dem Fall ja kein Artikel wie der, die oder das davor, sondern das Wort beim. Aber das Wort beim kann man aufteilen und dann ist es bei dem. Also beim ist eigentlich nur eine Abkürzung für bei dem. Und das Wort dem ist ja mehr oder weniger ein Artikel und dadurch wird klar, okay, es muss ein Nomen sein. Es ist ein nominalisiertes Verb und deshalb wird es groß geschrieben. Ich möchte euch an der Stelle noch schnell so eine kleine Liste geben. Einfach so ein paar Wörter, Präpositionen, wo ihr hellhörig werden solltet. Zum Beispiel aufs, ins, im, beim oder am. Das sind alles so Abkürzungen, die, wenn man sie ausschreibt, wo deutlich wird, dass da ein Artikel drin steckt und dass meistens das, was dahinter kommt, dann ein Nomen ist und groß geschrieben wird. Schauen wir uns doch einfach mal den nächsten Satz an. Ich finde, man soll sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich vergeblich gesucht. Da ist kein Fehler drin, denn an dieser Stelle wurde das Ganze richtig gemacht, was ich im vorherigen Beispiel behandelt habe, nämlich, dass die Groß- und Kleinschreibung von nominalisierten Verben, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Adjektiv, das nominalisiert wurde, nämlich wesentliche. Aufs ist die Abkürzung für auf das. Das ist ein Artikel, also schreibt man wesentliche groß. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Die hellen Würfel gefallen mir am besten. Ja, jetzt könnte man natürlich denken, am heißt an dem, also wird das, was danach kommt, groß geschrieben. Allerdings handelt es sich jetzt hierbei nicht um ein nominalisiertes Verb, sondern einfach um den Superlativ. Gut, besser, am besten. Ein anderes Beispiel wäre schnell, schneller, am schnellsten. Also Superlative werden immer mit am gebildet und Superlative werden klein geschrieben. Also in dem Fall war der Fehler, bei dem Wort besten wird nicht groß geschrieben, sondern klein geschrieben. Ja, weil das Ganze so spannend und so verzwickt teilweise sein kann, schauen wir uns noch ein Beispiel zu diesem Themenfeld an. Ich besitze zwei Wintermützen, von denen ich die grüne mehr mag als die blaue. Schaut euch den Satz an. Wo könnten da Fehler drin sein oder ist er vielleicht auch korrekt? Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Ja, bevor wir jetzt zur Groß- und Kleinschreibung kommen, fangen wir mit den Kommafehlern an. Und zwar das Komma vor als, das gehört da nicht hin. Kommas sind in der Regel dazu da, bei Aufzählungen sie zu verwenden oder bei Nebensätzen. In dem Fall ist es ein Vergleich und da kommt an und für sich kein Komma hin. Es gibt Vergleiche mit als, wo dann wirklich ein konkreter Nebensatz noch folgt mit einem Verb drin, dann muss ein Komma gesetzt werden, in diesem Fall aber nicht. So und der zweite Fehler ist jetzt die Groß- und Kleinschreibung mit den Adjektiven, nämlich grüne und blaue. Da steht zwar ein Artikel davor, nämlich die grüne und die blaue. Jetzt beziehen sich aber diese Adjektive auf ein konkretes Wort, was schon vorher im Satz genannt wurde, nämlich Wintermützen. Und wenn sich Adjektive auf etwas beziehen, was schon genannt wurde, dann werden sie klein geschrieben. Dann ist das keine Nominalisierung. Denn ich könnte zum Beispiel ja auch sagen, von denen ich die grüne Wintermütze mehr mag, als die blaue Wintermütze. Und da wird dann relativ klar, an der Stelle hat man einfach nur das Nomen Wintermütze weggelassen, weil es einfach unschön klingt, das jedes Mal wieder neu zu sagen. Und dann benutzt man einfach nur das Adjektiv. Aber wie gesagt, es wird dann jeweils klein geschrieben. Also die grüne klein geschrieben und die blaue auch klein geschrieben. So und weil wir das eben hatten mit dem Komma vor dem Als, schaut euch doch bitte mal den folgenden Satz an, nämlich ich bin auch mal regelmäßig schwimmen gegangen, als ich noch jünger war. So, der Unterschied ist jetzt nämlich, dass es sich hier hinten um einen Nebensatz handelt. Denn dieser enthält ganz klar Subjekt und Prädikat, nämlich ich ist das Subjekt und war ist das Prädikat, also das Verb. Dadurch wird klar, es ist Nebensatz und dadurch muss vor dem Als ein Komma gesetzt werden. So, jetzt kommt was sehr, 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 sehr spannendes. Schaut euch diese beiden Varianten mal an, eine mit Komma, eine ohne. Wie gesagt, halte ich das für keine gute Idee. Was denkt ihr, welche von den beiden Varianten richtig ist? Ja, wahrscheinlich habt ihr euch jetzt den Kopf zerbrochen, aber die Antwort ist, dass beides möglich ist. Das ist so eine Partizip-Konstruktion, so nennt man das, die man am Anfang vom Satz benutzen kann. Und das ist zwar, ein Partizip ist ja irgendwo was wie ein Verb, allerdings ist das so kurz, dass man kein Komma setzen muss. Das ist so irgendwie so ein bisschen die Regel. Und es gibt so gewisse Konstruktionen, Floskeln, die häufig in der deutschen Sprache verwendet werden, wo das genauso ist. Also wo, wenn die am Anfang des Satzes auftauchen, man kein Komma setzen muss. Und diese weiteren Beispiele lauten, wenn nötig, wie besprochen, wie bereits vereinbart, wie schon erwähnt, wenn möglich. Also das sind nur Beispiele. Natürlich kann man das jetzt auch variieren, dass man sagt, wie schon vereinbart oder irgendwie sowas und wahrscheinlich gibt es noch das eine oder andere mehr. Aber diese kurzen Konstruktionen mit Partizip-Konstruktionen, die fordern kein Komma danach. So, und nun kommen wir zum letzten Beispielsatz, den wir uns für dieses Video anschauen, nämlich dieser Block widmet sich der Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Ja, ich kann euch schon mal sagen, der Fehler liegt nicht im Komma. Das ist korrekt, denn nach dem Wörtchen wie folgt ein Nebensatz. Das heißt, vor dem Wörtchen wie muss auf jeden Fall das Komma gesetzt werden. Aber, und das ist jetzt wirklich ein Fehler, den voll viele Leute machen, auch wirklich die Leute, die in der IT-Branche unterwegs sind, also die täglich eigentlich mit Blog und Webseite zu tun haben, es heißt nämlich korrekterweise nicht der Block, sondern das Block. Woher kommt das? Das Wort Block ist ursprünglich nur eine Kurzform für Weblog, also das Weblog. Und man hat das dann irgendwann gekürzt und einfach nur gesagt, das Block. Klar, es ist natürlich naheliegend, der Schreibblock, der schreibt sich aber mit CK, der wird mit dem Artikel der gebildet, also der Schreibblock. Aber da tappt man dann immer wieder in die Falle und sagt auch der Block, wenn man es mit G schreibt, aber es heißt das Block, weil eben das Weblog. Genau, so viel dazu. Das war jetzt wahrscheinlich für den Anfang schon sehr viel harter Tobak. Ja, mir geht es einfach darum, so ein bisschen, dass ihr, wenn ihr Texte für eure Webseite schreibt, dass ihr einfach so ein bisschen so ein Know-how habt, dass ihr einfach, dass ihr sie frei von Fehlern irgendwie schreibt, soweit es geht, weil man im Web doch sehr viel auf Fehler stößt und das natürlich dann irgendwie auch so kein professionelles Bild von einem selbst abgibt. Wenn euch diese Video gefallen hat, dann könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben, teilen oder was auch immer. Und falls euch das Thema Rechtschreibung und Grammatik interessiert und ihr euch weiterhin verbessern möchtet, weil ihr sehr viel Texte schreibt für Webseite, für Blog, vielleicht auch Self-Publisher seid und sehr viel eigene Bücher schreibt, dann freue ich mich, euch wieder zu sehen im zweiten Teil dieser Videoserie. Hilf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020